Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich wünsche einen guten Montag und sage herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hofmann, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Online-Tool ist seit heute abgeschaltet, das heißt, wir sind wieder zurückgekehrt in die Präsenzveranstaltung. Und apropos Präsenz, im Gesundheitsministerium stapeln sich bei wenigen Menschen die Termine heute. Deswegen schlage ich vor, dass wir Fragen an das Gesundheitsministerium vorziehen und damit beginnen. Gibt es Fragen an das Gesundheitsministerium? Herr Jessen. Ja, die Frage nach den verfallenen Moderna-Dosen, das war ja absehbar. Warum wurde nicht vorher Sorge dafür getragen, dass sie dann vielleicht auch noch kurzfristig anderswohin gebracht werden wurden, wo sie vielleicht gebraucht werden könnten? Das ist ja auch eine Solidaritätslieferung ins Ausland möglich. Ja, also richtig ist, dass bis Ende Juni 2022 jetzt ca. 4 Millionen Impfstoffdosen, die im zentralen Lager des Bundes das Verfallsdatum erreicht haben und nun fachgerecht entsorgt werden. Grundsätzlich gilt hier, dass der Impfstoff verworfen wird. Eine logische Konsequenz ist aus dem Portfolioansatz. So, das wurde zu Beginn entschieden, dass wir hier eine Portfolio-Strategie fahren, um unterschiedliche Impfstoffe den Impfwilligen anbieten zu wollen. So, wie viele Impfstoffe jetzt auch in den nächsten Monaten verfallen, ist aufgrund der derzeit laufenden Impfkampagnen nicht absehbar. Aber man kann sagen, dass noch weitere Impfstoffdosen verfallen werden. Nachfrage? Nichtsdestotrotz setzt sich das BMG hier auch in Zusammenarbeit mit der EMA, mit dem PAI und mit der EU-Kommission und mit den Herstellern kontinuierlich damit auseinander, die Haltbarkeit der bereits ausgelieferten Impfstoffe zu verlängern. So, und jetzt zu Ihrer Frage, Impfstoff spenden. Die Bundesregierung ist stets dran, ob wir spenden können. Wir haben jetzt zum Stand 1. Juli mehr als 118 Millionen Impfstoffdosen gespendet an rund 45 Empfängerländer, die weitestgehend über COVAX ausgeliefert wurden. Weitere 5 Millionen befinden sich in Auslieferung. So, das Problem bei der Sache ist aber, dass das globale Impfstoffangebot derzeit bei weitem die Nachfrage übersteigt und COVAX und auch andere Beschaffungspool überhaupt keinen Bedarf haben an weiteren Impfstoffbedarfen. Zusatz, Herr Hessen? Zusatz. Ich verstehe das dann so, dass Sie sozusagen gar keine Chance gehabt hätten, die jetzt verfallenen Dosen anderswohin zu liefern. Was bedeutet das aber für weitere Beschaffungen? Portfolioansatz muss ja auch heißen, dass man eine Einschätzung hat, welche Impfstoffe werden tatsächlich nachgefragt. Und 4 Millionen verfallene und weitere, wo Sie sagen, Verfall wird kommen, sind ja doch ein Zeichen dafür, dass dieser Impfstoff im Portfolio zu stark vorhanden ist. Was bedeutet das oder welche Auswirkungen hat das auf weitere Beschaffungen? Also hier zu der Frage hat sich der Minister am Wochenende via Twitter geäußert. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Was den Herbst betrifft, werden wir angepassten Impfstoffe beschaffen. Die Beschaffungen laufen über EU-Verträge. Und das steht für sich. Weitere Fragen zu diesem Punkt? Dann machen wir weiter mit Herrn Küstner. Ja, eine Frage, die sich wohl auch ans Gesundheitsministerium, vielleicht auch ans Innenministerium richtet. Aus aktuellem Anlass gibt es Forderungen vom Ärzteverband Marburger Bund nach einem nationalen Hitzeschutzplan. Soweit mir bekannt, sind diese Hitzeschutzplätze weitgehend Ländersache. Wird trotzdem an so etwas gearbeitet, ist sowas realistisch, dass es eine Art nationalen Plan geben wird? Ich kann gerne anfangen, ansonsten würde ich auch an den Kollegen Stolzenberg vom BMUV dann verweisen. Also Hitzeschutz ist grundsätzlich eine übergreifende Aufgabe für Bund, Länder, Kommunen, als auch für Träger von Einrichtungen, für Selbstverwaltung und auch die Fachgesellschaften. Also man kann hier von einer Art Querschnittsaufgabe sprechen. Für BMG kann ich sagen, dass wir im engen Dialog mit sämtlichen relevanten Akteuren im Gesundheitswesen stehen, auch internationalen Organisationen. BMG fördert derzeit auch Vorhaben von insbesondere Kommunen, weil Kommunen einfach am besten wissen, wie es um die Krankenhäuser, Pflegeheime oder auch Ärzte steht. Wir haben zum Beispiel einen Hitzeaktionsfall mit der Stadt Köln, die besonders für vulnerable Gruppen ausgerichtet sind. Und abschließend kann ich sagen, dass der Minister sich auch hierzu geäußert hat. Er verweist bitte kühlen und viel Flüssigkeit. Und ansonsten haben wir zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die BZGA, ein Internetportal für die Bevölkerung eingerichtet, Klima minus Mensch minus Gesundheit. Es wurde 2021 ins Leben gerufen, jetzt auch um den Schwerpunkt UV-Strahlung und UV-Schutz erweitert. Und hier Informationen und Verhaltenstipps für die allgemeine Bevölkerung, Menschen ab 65, Eltern mit Kids und so weiter. Und für den Rest würde ich übergeben. Ich wollte gerade nicht durchs Fernsehbild laufen. Das haben wir wohlwollend registriert. Vielen Dank. Genau. Hitzeaktionspläne sind ja Maßnahmen der Klimaanpassung. Insofern liegen sie halt auch in der Zuständigkeit des BMUV. Die Forderung vom Marburger Bund haben wir gehört. Und es ist tatsächlich auch etwas, womit wir uns beschäftigen. Bislang ist es so, hat die Kollegin ja richtig gesagt, ist das Thema Hitzeschutz, Hitzevorsorge vor allem eine Aufgabe der Kommunen. So sieht das halt die Verfassung auch vor. Denn einerseits wirken sich Hitzewellen lokal sehr unterschiedlich aus. Abgesehen davon muss man auch die Risikogruppen in den Blick nehmen. Und darüber wissen einfach Kommunen am besten Bescheid. Also insofern gibt es auch eine Sachbegründung dafür. Nichtsdestotrotz haben wir ja mit den andauernden Hitzewellen jetzt in den letzten Jahren einige Erfahrungen gemacht. Wir haben heute auch eine Studie dazu vorgestellt, die die verursachten Schäden durch die Hitzewellen von 2018, 2019 sehr genau aufzeigen. Und das zeigt, man muss wahrscheinlich die Situation überdenken. Und deshalb haben wir ein Forschungsvorhaben angestoßen, das sich einerseits die Zuständigkeitsproblematik anschaut, aber zum anderen auch genau anschaut, wie ist denn der Bedarf von einem zusätzlichen nationalen Hitzeaktionsplan, der über das hinausgeht, was die Kommunen vorsehen, beziehungsweise das irgendwie sinnvoll ergänzt. Wie gesagt, da hören wir einfach in erster Linie erstmal auf die Wissenschaft. Trotzdem sind wir nicht untätig. Ich sprach gerade Risikogruppen an. Wir haben ein eigenes Förderprogramm zur Klimaanpassung und sozialen Einrichtungen. Schon jetzt, seit mehr als einem Jahr kann man sagen, die allermeisten Anträge von Pflegeheimen, Altenheimen, Krankenhäusern, Grundschulen, Kindertagesstätten gehen in Richtung Hitzeschutz. Das ist also offensichtlich ein relevantes Problem für vulnerable Gruppen. Und es geht dabei dann um investive Maßnahmen, also beispielsweise Fassadenbegrünung, Dachbegrünung oder aber auch Trinkbrunnen oder Neuanlage von Grünanlagen, aber eben auch konzeptionelle Maßnahmen. Weil man muss eben nicht nur die zu betreuenden Personenschutz in den Blick nehmen, sondern eben auch die Beschäftigten, um zu versuchen, dort eben eine umfassende Lösung zu finden. Zentrum Klimaanpassung ist für Kommunen da der Ansprechpartner, die eben tatsächlich mit Fachberatung seit über einem Jahr zur Verfügung stehen. Und wir stellen auch da fest, es gibt einen sehr großen Bedarf der Kommunen, hier mehr zu wissen. Und sie können auch sehr viel tun. Also insofern ist es eigentlich sehr ermutigend, nach über einem Jahr Bilanz zu sagen, da arbeiten wir schon gut zusammen und hoffentlich ünnet das auch in einem wirksamen nationalen Hitzeaktionsplan. Wir werden es sehen. Zusatz, Herr Küstner? Wenn ich jetzt Ihre beiden Einlassungen zusammenfasse, dann gibt es viele Einzelmaßnahmen. Sie haben die Problematik der Zuständigkeiten angesprochen. Es ist aber jetzt nichts in Planung, was kurzfristig ein nationales Handeln der jetzt anstehenden Hitzewelle betrifft, richtig? Also in erster Linie geht es ja darum, dass wir erstmal Informationen auch verbreiten darüber, was jeder persönlich tun kann für seine Lebenswirklichkeit, um sich vor der Hitze zu schützen. Da gibt es zahlreiche Angebote vom Bundesgesundheitsministerium, vom Bundesumweltministerium, aber vor allem auch vom Umweltbundesamt und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich glaube, da muss man als allererstes ansetzen, dass jedem das bewusst ist und dass auch jeder aktiv werden kann. Darüber hinaus ist es erstmal eine Aufgabe der Kommunen, die ja auch reagieren. Also ich weiß, das Stichwort Cooling Center ist etwas, was in den letzten Wochen immer öfter bei uns auch angefragt worden ist. Das ist auch etwas, womit sich viele Kommunen beschäftigen, sprich also Orte zu schaffen, an denen man sich aufhalten kann, wo es kühler ist und wo man sich vor der Hitze schützen kann. Aber da können wir im Augenblick auch aufgrund der Zuständigkeit nur mit Fachexpertise beiseite stehen oder eben unsere Handlungsempfehlungen, die eben auch schon seit vielen Jahren in Kommunen umgesetzt werden, tatsächlich immer wieder hervorholen und Kommunen ans Herz legen. Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen? Ans BMG, aber nicht speziell zu diesem Punkt. Ich habe auch keine weiteren Fragen zur Hitzestrategie gesehen. Dann bitte. Ja, ans BMG und vielleicht auch an Frau Hoffmann. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat gefordert vom Bund bis Mitte September einen Corona-bedingten Rechtsrahmen für die Bundesländer, weil er sagt, anders werden wir die Welle, die da auch nach Aussagen des Ministers wohl kommen wird, nicht bewältigen können. Er wirft dem Bund vor, der habe die Länder, so seine Wortwahl, entwaffnet. Wie reagieren Sie auf diese Kritik und auf diese Forderung? Arbeiten Sie an einem solchen Rechtsrahmen, der dann im September vorliegen könnte? Wollen Sie zunächst mal? Ich kann gerne anfangen. Ja, hier geht es um das Infektionsschutzgesetz, das zum 23. September ausläuft. Ich kann Ihnen sagen, dass die Verhandlungen zwischen BMG und dem Justizministerium laufen. Und der Minister hat für BMG betont, dass hier auch Stillschweigen vereinbart worden ist. So zu den einzelnen Maßnahmen kann ich daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber der Minister hat jetzt auch am Wochenende nochmal betont, dass die Länder eine solide Rechtsgrundlage brauchen, um auf die unberechenbaren Dynamiken, die im Herbst auf uns zukommen, reagieren zu können. Und das Ziel ist, rechtzeitig und vor dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes hier Ergebnisse veröffentlichen zu können, die auch mit den Ländern abgestimmt worden sind. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Genau so ist es. Und wir sind so versichtlich, dass das auch so kommen wird. Haben ja auch sehr frühzeitig damit angefangen, uns darauf vorzubereiten. Hatten zwei Gutachten in der Sache Corona eingeholt. Und nachdem die Ergebnisse vorliegen, sind wir sehr zügig dabei, das voranzutreiben, um dann auf den Herbst vorbereitet zu sein. Zusätzlich. Ja, das bedeutet aber im Kern als Zustandsbeschreibung für den Moment, akzeptieren Sie die Kritik, die von Stefan Walder geäußert worden ist? Ich verstehe das gar nicht als Kritik. Ich verstehe das als eine Aufforderung, dass da zum Herbst es nötig ist, vorbereitet zu sein. Und genau das will die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Ländern. Genau das passiert. Gibt es weitere Fragen an das Gesundheitsministerium? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön. Und wir machen weiter mit Frau Klaas. Ja, meine Frage geht wahrscheinlich an das Wirtschaftsministerium. Wir wüssten gerne, ob Sie uns sagen können, wo sich die von allen gesuchte Turbine aktuell befindet. Und wann damit gerechnet wird, dass sie an Russland geliefert wird. Ja, vielen Dank. Die Meldungen, die heute dazu kursierten, kann ich nicht kommentieren. Ich muss um Verständnis bitten, dass hier Sicherheitsfragen berührt sind und wir deswegen keine Auskunft geben können, wann sich die Turbine wo befindet. Ich kann aber noch mal deutlich machen, dass ja auch Siemens bereits in der letzten Woche mitgeteilt hat, dass alles dafür getan wird, dass Transport und Einsatz schnellstmöglich erfolgen. Die Frage der EU-Sanktionen und sanktionsrechtlichen Fragen sind ja alle geklärt. Kanada hat die Ausnahmegenehmigung erklärt und EU-seitig bedarf es keiner Genehmigung, weil die Transporte EU-seitig nicht von den Sanktionen erfasst sind. Aber ich muss noch mal um Verständnis bitten, es sind Sicherheitsfragen berührt. Ich kann deswegen nicht sagen, wann sich die Turbine wo befindet. Zusatz? Ja, ganz kurz noch dazu. Auch wenn es sich womöglich generell um einen Vorwand handelt, das wird ja vermutet, wüsste ich doch gerne, ob Sie sagen können, ob Sie denn damit rechnen, dass die Wartungsarbeiten pünktlich sowie ursprünglich geplant abgeschlossen werden können. Die Frage zu den Wartungsarbeiten müssten Sie sozusagen an Nord Stream beziehungsweise an Gazprom Export richten. Die Wartungsarbeiten führen ja nicht wir durch, sondern die führt diese Konzern durch. Die hatten ja zu Beginn der Wartungsarbeiten auch eine Information dazu herausgegeben, dass Sie sie mit zehn Tagen Wartung rechnen. Aber wie gesagt, diese Frage müssen Sie an die andere Seite richten. Wir beobachten die Lage sehr genau und wir bereiten uns auf alle denkbaren Szenarien vor. Herr Jessen dazu? Ja, weil Sie sagten, zehn Tage Wartung, dieser zehn Tage Zeitraum läuft am Donnerstag ab. Gehen Sie in irgendeiner Weise davon aus, dass eine Turbine, deren Standort im Moment nicht öffentlich genannt werden kann, das spricht ja nicht dafür, dass sie in Einsatzortnähe ist, dass das bis Donnerstag vollendet eingebauten, betriebsfertig gemacht werden kann? Sehen Sie da irgendeine Chance? Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass nach allem, was wir wissen und was uns auch technische Experten gesagt haben, diese Turbine bislang als Vorwand genutzt wurde. Es handelt sich um eine Ersatzturbine. Dennoch tun wir alles, um diesen Vorwand zu nehmen. Technische Gründe sehen wir aber nicht. Nach unseren Informationen ist diese Turbine eine Ersatzturbine, die für den Einsatz im September bestimmt war. Aber nochmal, wir tun auch alles, um etwaige Vorwände der russischen Seite zu nehmen. Herr Küstner nochmal dazu? Ja, Tick allgemeiner noch gefragt. Es ist ja auch nicht völlig auszuschließen, dass die russische Seite sagt, mit Nord Stream 1 befüllen wir nicht weiter, aber es gibt ja auch die Pipeline Nord Stream 2. Schließen Sie klipp und klar aus, dass diese Pipeline in Betrieb genommen wird? Die Nord Stream 2 Pipeline ist eine Pipeline, die nicht zertifiziert ist und nicht rechtlich zugelassen ist. Damit stellt sich diese Frage nicht. Dann, Herr Kollege, bitte. Der weitere Rahmen im Grunde betrifft es die Folgen. Da geht es um die Frage, ob ein Tempolimit in befristeter Art vielleicht ein adäquates Mittel wäre. Frau Hoffmann, wie steht denn der Kanzler dazu? Wäre ein befristetes Tempolimit eine Option, um Energieprobleme im Herbst, Winter vorzubeugen? Sie wissen ja, dass der Koalitionsvertrag kein Tempolimit vorsieht und wir hören jetzt im öffentlichen Raum eine ganze Menge von Vorschlägen darüber, was helfen könnte für den Herbst, Winter und wir nehmen das zur Kenntnis, aber kommentieren das jetzt hier nicht weiter. Zusatz? Es gibt ja auch andere Punkte, die beschlossen wurden, die so nicht im Koalitionsvertrag drin standen. Ich möchte doch noch mal nachfragen, ist das ein Punkt, über den man nachdenken könnte, sollte? Im Moment kann ich dazu nicht mehr sagen, als das, was ich gesagt habe. Also wir nehmen zur Kenntnis, dass da eine ganze Reihe von Vorschlägen im Moment unterbreitet werden, wie Energieversorgung erleichtert, verbessert werden könnte oder Entlastungen, dafür nehmen wir auch viele Vorschläge wahr, aber wir äußern uns dazu jetzt hier im Moment nicht. Bitteschön. Ja, auch noch mal zu den Folgen, also erweiterter Rahmen, die BILD schreibt, es könnte, es steht jetzt schon fest, dass es regionale Engpässe im Winter geben könnte. Stimmt das? Wo genau würde das eintreffen und was wollen Sie dagegen tun? Ich glaube, das ist eher eine Frage an dich, ne? Genau. Also wir tun ja alles, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt und da hilft es jetzt auch nicht, über alle möglichen Szenarien zu spekulieren, sondern wir müssen anhand der aktuellen Lage entscheiden und wir gehen ja auch konkrete Schritte, damit der Gasverbrauch reduziert wird. Ich möchte noch mal daran erinnern, es gibt 15 Milliarden, die die Bundesregierung für die Speicherbefüllung zur Verfügung stellt. Das hat dazu geführt, dass die Gasspeicher weiter befüllt wurden. Natürlich ist es noch nicht ausreichend, aber sie wurden in den letzten Monaten weiter befüllt. Wir sind heute bei einem Stand von 64,6 Prozent Speicherstand. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vortag. Es ist langsam, was jetzt da mehr reingeht, aber diese 15 Milliarden, die die Bundesregierung für die Speicherbefüllung zur Verfügung gestellt haben, eine Wirkung schon gezeigt und das Geld wird natürlich weiter genutzt zur Speicherbefüllung. Zweitens gibt es natürlich konkrete Maßnahmen, um den Gasverbrauch in der Stromerzeugung zu reduzieren. Dafür sind die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen worden, um mehr Kohle ins Netz zu bringen und dafür Gas rauszunehmen. Die entsprechende Verordnung zur Netzreserve ist am vergangenen Donnerstag, am 14. Juli, in Kraft getreten. Ab da ist es also jetzt möglich, dass Kohlekraftwerke, also Steinkohle, in der Netzreserve auch wieder am Markt tätig werden kann. Und drittens arbeitet die Bundesnetzagentur ja an einem Gasauktionsmodell, um auch Anreize in der Industrie zu setzen, Gas einzusparen. Und auch das wird abgewickelt über den marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe, der auch erste Bausteine eines solchen Modells mit der Branche bereits konsultiert hat. Insofern, das ist die Schrittfolge, die wir gehen müssen. Die konkreten Schritte jetzt konsequent und Schritt für Schritt eben tun, um Gas zu reduzieren, die Speicher weiter voll zu bekommen, aber eben auch nicht über alle möglichen Szenarien zu spekulieren. Frau Klaßmann dazu? Dann bitte. Ja, ich möchte gern den Faden da aufnehmen und hoffe, dass das jetzt auch nicht in so einem Zuständigkeitspingpong zwischen BMI, Ihrem Ministerium und Frau Hoffmann endet. Es geht ja nicht darum, dass man über Szenarien spekuliert. Es geht aber, wie wir es ja auch bei der Corona-Pandemie gesehen haben, wo es ja auch Szenarien gab, einer guten, schlechten, mittleren Entwicklung, darum, ob sie den Verantwortlichen, die für solche Mangellagen in manchen Regionen dann planen müssten, ob sie denen solche Szenarien schon zur Verfügung gestellt haben und welche Regionen im schlechtesten Falle dann betroffen wären. Das ist ja auch für die Bürger wichtig zu wissen, ob es da Vorkehrungen gibt. Das hat ja nichts mit Panikmache zu tun, sondern vielleicht ist man ja auch beruhigt, wenn man weiß, auch der Bund kümmert sich in der Frage. Genau. Und genau deswegen gibt es dafür ja auch Strukturen, die seit Wochen arbeiten. Also es gibt ja den Notfallplan GAS, der bereits in der ersten Stufe vorsieht, dass das Krisenteam GAS eingerichtet wird und arbeitet. Das arbeitet seit Wochen. Im Krisenteam GAS sitzen die Bundesnetzagentur, die Fernleitungsnetzbetriebe, die zuständigen Vertreter der Länder. Und dieses Krisenteam GAS tagt täglich. Es gibt also täglich einen Lagebericht und eine Absprache, in dem die Bundesländer eingebunden sind. Und die Ergebnisse der Sitzung des Krisenteams GAS finden sich im täglichen Lagebericht der Bundesnetzagentur gebündelt zusammengefasst, was die aktuelle Lageeinschätzungen sind. Und natürlich werden da auch Optionen und Diskussionen geführt über Szenarien, die gegangen werden müssen. Aber ich möchte noch mal betonen, seit Ausrufung der ersten Stufe des Notfallplans GAS arbeitet das Krisenteam GAS und es trifft sich täglich. Dann Herr Kollege noch mal bitte. Eine Frage bitte ans Umweltministerium und ans BMWK. Da geht es um mögliche längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Unter welchen Umständen wären Sie denn bereit, einer solchen Maßnahme zuzustimmen? Also ich kann dazu sagen, dass mit Blick auf eine Laufzeitverlängerung von den zurzeit noch im Betrieb befindlichen AKWs letztendlich keine neue Situation ergibt und damit auch keinen Anlass für eine neue Bewertung. Insofern gilt nach wie vor der Prüfvermerk von BMWK und BMUV, wie wir ihn im März getroffen haben. Ich kann gerne noch mal ergänzen, also ja, genau so ist es. Wir haben uns diese Frage ja angeschaut, ob es sinnvoll ist, die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke über den 31.12.2022 hinaus laufen zu lassen. Nach wie vor gilt, dass man ja gucken muss, wo ist das Problem und was muss ich tun, um das Problem zu lösen. Atomkraftwerke können das Gasversorgungsproblem nicht lösen, weil sie produzieren eben keine Wärme und können auch in Stromspitzen nicht zur Verfügung stellen. Natürlich müssen wir das Bild aber auch noch mal größer ziehen und größer uns anschauen, was die Stromversorgung insgesamt anbetrifft. Und genau deswegen haben wir gestern ja auch bekannt gegeben, dass wir noch mal einen zweiten Stresstest Strom, also für die Stromversorgungssicherheit rechnen lassen. Einen ersten Stresstest haben die Übertragungsnetzbetreiber im Zeitraum von März bis Mai 2022 gerechnet. Die Ergebnisse haben wir auch veröffentlicht. Da wurde unter gestiegenen oder angeschärften Annahmen schon noch mal gerechnet. Der Zeitraum März 2022 bis Mai 2022 liegt ja bereits nach dem russischen Angriffskrieg, also wurde schon mal gerechnet mit einer verschärften Gasmangellage, mit erhöhten Preisen am Gasmarkt. Das wurde in diesem Szenario mit 200 Euro die Megawattstunde gerechnet. Und in diesem Szenario kam man zu dem Ergebnis, dass die Stromversorgungssicherheit im Winter 2022, 2023 dennoch gewährleistet ist. Aber unser Job ist es ja, die Vorsorge abzusichern und alles abzuklopfen. Deswegen haben wir die Übertragungsnetzbetreiber gebeten, noch mal einen zweiten Stresstest zu rechnen mit noch mal verschärfteren Annahmen, um jeden Punkt abzuklopfen. Und diese Analyse wird jetzt eben durchgeführt. Zusatz? Genau dazu. Könnte das am Ende auch zu einem Ergebnis führen, dass man sich die drei verbliebenen Atomkraftwerke noch mal anschaut? Was wir von Beginn an gesagt haben, dass wir auf Basis von Fakten und Analysen entscheiden. Nicht auf Zuruf, sondern auf Basis von Fakten und Analysen. Und es gibt jetzt diese zweite Stresstestberechnung, die erstellt wird, um noch mal andere Szenarien abzuklopfen. Ich möchte nur noch mal sagen, die erste Rechnung März 2022 bis Mai 2022 hat schon sehr verschärfte Annahmen unterstellt. Aber dennoch, wir rechnen jetzt noch mal und entscheiden dann auf der Basis von klaren Fakten. Frau Kollegin. Mareike Kirschner, Mediengruppe Bayern, Passauer Neupresse. Hallo. In der Union gibt es ja den Vorstoß, dass man über das Tempolimit reden könnte und dafür aber eben auch die Atomkraftwerke länger am Netz lässt. Gibt es dazu innerhalb der Regierung irgendwie bereits interne Diskussionen? Ja, über interne Diskussionen möchte ich jetzt hier eigentlich nichts sagen. Ich kann nur noch mal betonen, dass was Frau Baron eben auch gesagt hat, dass die Frage der Atomkraftwerke für die Bundesregierung von Anfang an keine ideologische, sondern eine rein fachliche Frage gewesen ist und die Expertenprüfungen unterlegen hat und jetzt noch einmal unter verschärften Umständen unterliegen wird. Und da wird es um mögliche Szenarien der Stromversorgung gehen. Das ist die Grundlage von Entscheidungen und nicht irgendwelche ideologischen Überlegungen oder, ja, und nicht irgendwelche ideologischen Überlegungen. Herr Jessen? Ja, und wir spielen hier nicht Pingpong, wollte ich nur noch sagen. Zur Frage der Folgekostendämpfung. Da gibt es zwei konkrete Vorschläge. Einmal hat in einem politisch eher seltenen Schulterschluss der bayerische Ministerpräsident einen Vorschlag der Linkspartei aufgegriffen und nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets jetzt das 365-Euro-Ticket gefordert. Zum anderen hat Wirtschaftsminister Herr Habeck gesagt, auch in der mittleren Zukunft müsse es Energieentlastung, vor allem für Gering- und Mittelverdiener geben. Sind diese Vorschläge sozusagen nicht nur zur Kenntnis genommen worden, Frau Hoffmann, beim Kanzler, sondern gehen Sie in aktives Regierungshandeln ein. Greifen Sie die auf. Der Kanzler hat ja immer wieder gesagt, dass er das sehr im Blick hat, was die gestiegene Inflation, die gestiegenen Energiepreise für die Menschen in diesem Land bedeuten. Und wir haben ja als Bundesregierung da in dem Zusammenhang bereits zwei Entlastungspakete im Umfang von insgesamt 30 Milliarden Euro beschlossen, die jetzt wirken. Und gleichzeitig ist klar, dass wir die Situation auch weiterhin sehr genau beobachten und im Blick haben. Aber ich kann Ihr Interesse jetzt natürlich, dass wir hier die einzelnen Maßnahmen genau durchdiskutieren, total verstehen. Aber ich bitte auch darum zu verstehen, dass das im politischen Raum hier total schwierig wäre, wenn wir das tun würden. Und im Interesse der Sache werden diese Fragen intern diskutiert. Und natürlich werden alle Vorschläge, die da gemacht werden, zur Kenntnis genommen. Aber die Frage, wie im Endeffekt es weitergeht in dieser Frage, die wird intern entschieden und hier nicht öffentlich diskutiert. Zusatz, Herr Hessen? Zusatz, im Interesse der Sache, aus dem heraus wir ja nun fragen, ist natürlich auch, dass soziale Spannungen nicht über das erträgliche Maß hinaus fortgesetzt werden. Deswegen wirklich nochmal die Frage, 365 Euro Ticket als eine langfristig wirkende, konkrete Maßnahme. Ist das eine realistische Perspektive, die Sie ernstnehmend diskutieren oder nehmen Sie nur zur Kenntnis? Das ist ja ein anderer Vorgang. Ich kann über die internen Diskussionen tatsächlich hier nichts sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es Diskussionen natürlich gibt und dass wir das alles genau im Blick haben und dass die Bundesregierung entschlossen ist, das Notwendige zu tun und dass wir dabei alle gesellschaftlichen Folgen auch im Blick haben, genauso wie Sie die jetzt hier benennen. Der Kanzler hat das ja auch selbst thematisiert. Aber das führt nicht dazu, dass wir das jetzt hier offen diskutieren können. Frau Klingin, bitteschön. Frau Baron, können Sie noch kurz was sagen zum Zeitrahmen für diesen zweiten Stresstest? Also bis wann rechnen Sie mit Ergebnissen und was ist Ihrer Kenntnis nach sozusagen der Punkt auf No Return, wo dann allein aus technischen Gründen dieser berühmte Weiterbetrieb der drei AKW nicht mehr möglich wäre? Ja, also der Stresstest ist jetzt sozusagen in Arbeit und er wird in den nächsten Wochen finalisiert und dann auch vorgestellt werden. Und es muss eben das klare Ergebnis abgewartet werden. Also es gibt ja ein Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis des bisherigen Stresstests 1 war, die Gesamtversorgungssicherheit in Deutschland ist weiter gewährleistet. Und so wird es auch ein Ergebnis geben, was dieser zweite Stresstest hat. Und von dem müssen sich dann natürlich die Folgefragen ableiten und entschieden werden. Gibt es für Sie ein Datum, bis zu dem Sie zumindest diese AKW-Frage einfach entschieden haben müssen? Also ich glaube, den einen Zeitpunkt gibt es nicht. Natürlich drängt die Zeit, das ist allen Beteiligten klar, weil da natürlich Folgefragen dranhängen. Wie zu entscheiden ist. Aber nochmal, wir müssen auf Basis von klaren Fakten entscheiden. Und die Berechnungen, die jetzt schon einmal durchgeführt wurden, hatten schon sehr verschärfte Annahmen. Also eine Annahme von 200 Euro die Megawattstunde. Gas ist eine Annahme, die schon ein sehr starkes Szenario annimmt. Da sind wir Gott sei Dank momentan noch nicht. Wir sind bei hohen Gaspreisen, aber die 200 Euro die Megawattstunde zeigen ja schon, dass nicht mit geringen Annahmen, sondern schon mit sehr hohen Annahmen auch in diesem ersten Stresstest gerechnet wurde. Herr Kollege? Einfach als Verständnisfrage nochmal. Also ich kenne die Logik dieses Stresstests nicht im Detail. Damit ist im Grunde die Laufzeitenfrage offen, bis man weiß, wie tatsächlich die Lage ist, laut Stresstest 2. Die Lage ist die, die wir in diese gesamten Krisensituationen geführt hat. Man muss in der Krise situationsangemessen entscheiden und auf Basis von klaren Fakten entscheiden. Und die Faktenlage jetzt sagt nach Stresstest 1, die Stromversorgungssicherheit ist weiter gewährleistet, auch wenn man unterstellt, wir haben einen Gasmangel, hohe Gaspreise, einige französische Kernkraftwerke sind nicht am Netz. Das sagt der Stresstest 1. Die Stromversorgungssicherheit ist dennoch gewährleistet, im Winter 2022, 2023. Und jetzt wird eben dieser weitere Stresstest mit nochmal erhöhten Annahmen gerechnet und auf Basis dieser Ergebnisse wird dann entschieden, was zu tun ist. Herr Küstner? Ja, nochmal anschließend dann die Frage der Kollegin, die ja gar keine politische war, sondern eine rein logistische. Wie viel Zeit vorher müssen die Kernkraftbetreiber wissen, dass sie weitermachen sollen, um das tachlich auch wirklich hinzukriegen? Also ich weiß nicht, ob die Kollegen ergänzen wollen. Ich kann nur nochmal sagen, ich glaube, man kann nicht sagen, es ist dieser Tag und kein anderer, sondern es ist klar, dass Dinge zügig geprüft werden und das tun wir jetzt in dieser Analyse. Deswegen wird sie in den nächsten Wochen vorliegen. Also vielleicht was zu ergänzen. Wir sind ja im Bereich von der Spekulation. Wir wissen ja noch nicht, wie der Stresstest ausgeht. Und ich würde auch an der Stelle nochmal klar machen, in Ihren Fragen klingt das immer ein bisschen mit, als sei das ja noch eine Option, die auf dem Tisch liegt, die AKW-Laufzeiten zu verlängern. Ich habe auf den Prüfermerk verwiesen und wir sind jetzt in einem Stresstest, der, glaube ich, wesentlich breiter schaut. Das hat die Kollegin ja schon genannt. Und insofern würde ich jetzt, glaube ich, an der Stelle auch nicht darüber spekulieren, was die möglichen Rahmenbedingungen sind. Das ist an der Stelle, glaube ich, erst mal abzusehen, was der Stresstest eben bringt und welche Maßnahmen da eine Rolle spielen. Der Prüfermerk sagt ganz eindeutig, dass wir eine Laufzeitverlängerung nach aktueller Lage eben nicht empfehlen. Herr Köstner? Sorry, nochmal. Wir verweisen jetzt immer auf den Stresstest, aber lassen wir dem mal beiseite. Die rein sachliche Frage, wie viel Zeit vorher oder wie viel Zeit braucht ein Kernkraftwerkbetreiber, um einen Weiterbetrieb zu ermöglichen, inwieweit ist die Warnzeit im Vorfeld, damit das tatsächlich passieren kann? Dafür müssen, also wir bleiben im Bereich der Spekulation, dafür muss ja klar sein, für wie lange. Also ich betrachte einfach mal gerade die Diskussionen, die laufen und da ist ja wirklich alles zu finden von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren. Also insofern ist da noch die Frage, was wären denn die Rahmenbedingungen, die man dafür hätte, um dann zu sagen, welche Maßnahmen sind zu treffen und welche Zeitvorläufe haben die? Und das ist jetzt tatsächlich etwas, was wir zu dem Zeitpunkt so pauschal nicht sagen können. Und wie gesagt, es ist zu diesem Zeitpunkt eine Spekulation. Herr Jessen? Trifft es zu, Herr Stolzenberg, dass jenseits von technischen Möglichkeiten nach derzeitiger Rechtslage, Bundesrecht, Bundesgesetz, ein Weiterbetrieb der drei AKW über den 31.12. hinaus nicht zulässig wäre. Einfach aus rechtlichen Gründen. Ist das die aktuelle Rechtslage? Wie gesagt, da verweise ich auf den Prüfermerk, der das sehr deutlich macht. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit. Und wie gesagt, ich würde mich da wirklich an diesen Prüfermerk halten, weil das sehr detailliert aufgeführt wird. Es geht da um genehmungsrechtliche Fragen, es geht um Sicherheitsfragen und die dann eben den Schluss am Ende zulassen, zu sagen, dass es eben zur Zeit, dass für uns die Laufzeitverlängerung keine Option ist. Damit beschließen wir dieses Thema. Vielen Dank. Wir tauschen zurück. Außen und Verteidigung bräuchten wir längerfristig hier auf dem Podium und machen mit Frau Goethe weiter und einem neuen Thema. Vielen Dank. Und zwar mit einer Frage an das Justizministerium. Dann tauschen wir da auch mal. Es geht um das schon bekannte Vorhaben zur Strafzumessung, zur Strafschärfung bei geschlechtsspezifischen Beweggründen des Täters, zu denen sich der Justizminister jetzt geäußert hat. Können Sie wohl noch mal sagen, warum es nicht ausreicht, zu sagen, das sind menschenverachtende Taten, wie es ja schon in diesem Paragrafen 46 steht. Und können Sie wohl noch mal sagen, was genau unter geschlechtsspezifisch zu verstehen ist? Können Sie die letzte Frage in den Abschluss? Was genau unter geschlechtsspezifisch Ihrer Ansicht nach zu verstehen ist? Ja, also zunächst vielen Dank für die Frage. Ich muss zunächst um Verständnis bitten. Der Entwurf befindet sich ja immer noch im Moment noch in der Ressortabstimmung. Insofern kann ich jetzt noch nicht zu allen Einzelheiten mich äußern. Ich kann im Wesentlichen zunächst auf die Äußerungen des Ministers verweisen, der gesagt hat, für mich ist klar, Gewalttaten von Männern gegen Frauen dürfen nicht als private Tragödien oder Eifersuchtsdramen bagatellisiert werden. Geschlechtsspezifische Gewalt muss als solche benannt und mit der gebotenen Strenge bestraft werden. Um dies sicherzustellen, werden wir das Strafgesetzbuch ergänzen. Und wir senden damit auch ein Signal in die Gesellschaft. Wer aus männlichem Besitz denken, Frauen angreift, handelt unserer Werteordnung in besonders eklatanter Weise zuwider. Zusatz? Nochmal die beiden Fragen. Warum ist das nicht im 46 schon drin? Und was genau ist, unter geschlechtsspezifisch zu verstehen? Genau, also der Minister hat gesagt, geschlechtsspezifische Gewalt muss als solche benannt werden. Also ist ein eigenständiger, etwas Eigenständiges, was zum Ausdruck gebracht werden soll im Rahmen der Strafzumessung und nicht als Unterform einer anderen Kategorie. So ist es ja auch mit den, dafür gibt es ja auch andere Beispiele in dem 46. Und die, zu den genauen Beispielen, gibt es im Moment noch Diskussionen, wird es sicher auch die Begründung des Gesetzesentwurfs dann genauer ausführen. Und einiges wird man sich ja dann auch der Rechtsprechung in der Anwendung auf den Einzelfall überlassen müssen. Herr Küsten mit einem neuen Thema. Ja, eine Frage an Frau Hoffmann noch mal. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, hat einen Brief geschrieben an den Kanzler, in dem sie eine nationale Ukraine-Konferenz fordert und an einen Tisch bringen will, Rüstungsindustrie, Bundeswehr, Politik, Gewerkschaften, um zu sehen, wie man der Ukraine weiterhelfen will. Ich wollte fragen, ob der Brief angekommen ist und wie Sie darauf reagieren. Ja, wir werden jetzt auf den Brief nicht reagieren. Ich kann sagen, dass wir zu allen Themen, die die Ukraine betreffen, ständig im Austausch sind, sowohl im parlamentarischen Raum als auch die Minister, das Verteidigungsministerium und so weiter. Also da ist jetzt, diese Forderung müssen wir jetzt nicht noch weiter kommentieren. Zusatz? Teilen Sie denn die Einschätzung, dass es insbesondere auf Deutschland jetzt ankommt, was die Unterstützung der Ukraine angeht, damit sie sich zur Wehr setzen kann? Die Frage habe ich nicht verstanden. Was kommt an? Ob es auf Deutschland insbesondere ankommt, das bezugt hier auf die Waffenlieferungen, damit die Ukraine sich gegen den russischen Angriff, die es ja sehr unter Druck im Osten des Landes, zur Wehr setzen kann? Natürlich spielt der deutsche Anteil an den internationalen Waffenlieferungen für die Ukraine eine wichtige Rolle. In dem Sinne, ja, aber natürlich nicht auf Deutschland alleine. Viele andere Länder unterstützen die Ukraine mit Waffenlieferungen, die USA, weitere Verbündete, in der NATO, Großbritannien und so weiter. Also Deutschland spielt eine wichtige Rolle, aber viele andere auch. Möchte jemand ergänzen? Dann Frau Klassmann. Ja, eine Frage an das BMI, Herr Kall. Ich wüsste gerne, der Zensus 2022, da gibt es ja offensichtlich Probleme mit der Software. Rechnen Sie noch damit, dass der pünktlich und auch valide von den Ergebnissen her zu Ende geführt werden kann? Das tut mir leid, Frau Klassmann. Mit dem Thema habe ich jetzt nicht unmittelbar gerechnet. Da müssen wir unsere Expertinnen und Experten fragen und Ihnen heute Nachmittag eine Antwort geben. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann sage ich Dankeschön. Herr Jessen ist da. Herr Jessen ist noch da. Frage ans Auswärtige Amt. Sie kennen die Berichte, denen zufolge Russland im Ukraine-Krieg vermehrt Truppen der Söldner Organisation Wagner einsetzt. Haben Sie eigene Erkenntnisse darüber? Wie bewerten Sie diese Form des Militäreinsatzes auch vor dem Hintergrund, dass bei Wagner offenbar auch rechtsradikale Kräfte mitwirken? Wir kennen solche Berichte natürlich. Ich kann jetzt hier nicht über unsere Erkenntnisquellen im Einzelnen Auskunft geben, aus Gründen, die Sie sicherlich verstehen. Grundsätzlich bewerten wir das Handeln der Truppen, die sozusagen auf Befehl Russlands, auf Veranlassung Russlands in der Ukraine oder anderswo vorgehen, ganz unabhängig davon, wie Russland die kategorisiert, ob das jetzt reguläre russische Truppen sind oder Truppen, die einen anderen Status haben oder Truppen, die deklariert werden als Truppen von sogenannten Volksrepubliken. Und letztlich dort, wo auf Veranlassung der russischen Regierung gehandelt wird, Völkerrecht gebrochen wird und dieser gesamte Angriffskrieg ist ja eine Völkerrechtsverletzung, lehnen wir das natürlich rundheraus ab. Und dort, wo sich Truppenteile, gleich welchen Status sie haben, an Kriegsverbrechen beteiligen, an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligen. Da ist unser Anliegen, das wir mit einem erheblichen Teil der internationalen Gemeinschaft teilen, sehr, sehr eindeutig, nämlich dass solche Fälle nicht ungestraft bleiben dürfen. Deswegen unterstützen wir ganz konkret die Arbeit des internationalen Strafgerichtshofs in der Ukraine. Wir unterstützen auf unterschiedliche Weise auch die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine bei ihrer eigenen Arbeit, solche Fälle zu dokumentieren, aufzuklären und zu verfolgen. Und das ist für uns der Maßstab. Der Maßstab ist das Völkerrecht und ist das humanitäre Völkerrecht. Und daran messen wir das Verhalten all dieser verschiedenen Formationen. Zusatz, Herr Jessen? Es macht aus Ihrer Sicht keinen Unterschied, ob es sich um sogenannte reguläre Truppen oder sogenannte Söldnertruppen handelt. Wie gesagt, das mag in der, also man kann natürlich in der politischen Einordnung, kann man darüber natürlich ausführlich diskutieren. Auch der Bundeskanzler hat sich ja gerade noch mal darüber dazu geäußert, dass wir hier eine eindeutig imperiale Motivation vonseiten der russischen Regierung sehen. Und dazu ist es natürlich, dazu passt es natürlich in einem sehr furchtbaren Sinn, dass, wenn es dort Berichte gibt, dass Menschen, die eine entsprechende Ideologie anhängen, sich da auch noch freiwillig melden. Natürlich gibt es auch international, sozusagen rechtliche Vereinbarungen, was den Einsatz von Söldnern angeht. Und natürlich kann es auch im humanitären Völkerrecht eine Rolle spielen, welche Behandlung jemand erfährt, der in Kriegsgefangenschaft gerät, je nachdem, ob er regulärer Kombatant ist oder nicht. Nur völlig unabhängig davon, welchen Status jetzt diejenigen haben, die sich an solchen Taten als Täter beteiligen, sind Kriegsverbrechen, sind Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit vollkommen inakzeptabel und völlig unabhängig davon, welchen Status diejenigen haben, die diese Verbrechen begehen, müssen die aufgeklärt und verfolgt werden. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen gesehen, beziehen die sich auf die Ukraine im näheren oder weiteren Sinne. Dann machen wir mit einem neuen Thema, Frau Kollegin, weiter. Nehmen Sie das Mikrofon da vorne, bitte. Dankeschön. Eine Frage zu Uniper. Und zwar hat heute das Unternehmen angekündigt, dass es einen Kredit vom Staat in Höhe von 2 Milliarden Euro in Anspruch nimmt. Ich würde gerne wissen, was die Bundesregierung schätzt, wie lange diese Mittel ausreichen werden. Das richtet sich an die Kollegen. Oder beziehungsweise das an die BMWK. Wobei wir das Thema Gas ja schon ausführlich behandelt haben. Genau, also zu Uniper. Es ist richtig, das Unternehmen hat darüber heute informiert und auch darüber eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgegeben. Es handelt sich dabei um eine bestehende Kreditlinie, die schon Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gewährt wurde und die jetzt eben genutzt wurde. Also die Bestand noch war nicht gezogen und wurde jetzt eben genutzt. Und im Übrigen gilt weiter, was wir auch am vergangenen Freitag gesagt haben. Wir sind mit Uniper, mit Fortum, mit allen Beteiligten im Austausch. Es arbeiten alle mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden. Aber nähere Details kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Entschuldigung. Jetzt bitte. Sie können da nicht sagen, was passiert, wenn die Mittel aufgebraucht sind? Also was kommt dann danach? Also zu Ihrer Frage, wie lange reichen die zwei Milliarden? Diese Frage müssen Sie dem Unternehmen stellen. Das hängt natürlich von den unternehmensseitigen Kalkulationen ab. Aber es ist klar, und das hatten wir auch deutlich gemacht, dass alle mit Hochdruck daran arbeiten, eine Lösung zu finden. Und daran wird jetzt eben gearbeitet, sodass ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Details nennen kann, welche Strukturen eine solcher Unterstützung hätte. Dann, Herr Kollege, bitte nochmal mit einem neuen Thema. Im Grunde landen wir wieder beim Gas, diesmal über Ägypten. Der ägyptische Präsident ist in der Stadt. Können Sie, das ist im Wirtschaftsministerium, mal sagen, welches Potenzial Gaslieferungen aus Ägypten haben könnten? Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Da habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf. Das prüfen wir, ob wir da Zahlen haben, was Ägypten an Gasförderung hat. Das müsste ich nachreichen. Und welches Potenzial Sie drin sehen? Wie gesagt, wir müssen das prüfen. Ich habe jetzt keine Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe und nennen könnte. Dankeschön. Ich sehe jetzt wirklich keine weiteren Fragen mehr. Dann sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich habe jetzt eine Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017